Wow, das ist aber schöne Deko. Das sieht wirklich toll aus. Ich werde auch unsere Möbel umstellen. Raus mit euch. Äh, wie bitte? Spiel bitte draußen mit den Kindern. Äh, okay, okay. Evi, geh mit Papa raus. Okay, Mama. So, womit soll ich anfangen? Ah, das Sofa muss raus. Hm, das kleine Tischchen muss auch weg. Der Küchentisch kommt auch raus. Das kommt alles in die Abstellkammer. Ich nehme die beiden Stühle und den Tisch. Die Vase und die beiden Sessel. Aua, mein Kreuz. Puh, ist das schwer. Ich kann nicht mehr. Aua. Der Esstisch kommt hierhin. Aua, mein Kreuz. Den Stuhl schiebe ich da rüber. Äh, äh. Der kommt hierhin. Und der hier. Na also, das hätten wir. Jetzt das Wohnzimmer. Das Sideboard. Äh, äh. Kommt auf die andere Seite. Hier passt es besser hin. Und jetzt die Sessel. Äh, äh. Ui. Die Vase stelle ich hierhin. Nee, nee. Lieber hierhin. Hm, ich weiß nicht so recht. Nee, doch da hin. So, mal sehen. Oh, der Teppich liegt schief. Aua, aua, mein Kreuz. Autsch. Papa, schau mal die Küche. Ich bin aufs Wohnzimmer gespannt. Au. Aua. Au. Oje, Babi, geht's dir gut? Nein, mir geht's nicht gut, weil ich alles alleine machen musste. Tut mir jetzt mein Kreuz weh. Aber du wolltest doch gar keine Hilfe und hast uns alle rausgeschickt. Jetzt bin ich also selbst dran schuld. Aua, mein Kreuz. Euch kann man wirklich gar nichts recht machen. Aua. Evi, pass auf die Kleine auf. Ich muss Mama massieren. Okay, Papa. Ach, Babi. Weiter oben. Hier? Ja, und jetzt ein Stück runter. Ja, genau. Da tut's weh. Aua. Nächstes Mal helfe ich dir, wenn du die Möbel umstellen möchtest. Mhm, ja, okay.